Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf PharmaRamaCrew. Heute kommen wir jetzt wieder zu einem neuen Video Events von früher. Dieses Mal geht es um das Event Silvester 2010-2011. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, was es dort gab. Jetzt sehen wir hier zwei Sachen. Einmal bei der Geschenkbox oben gab es so eine Spezialkiste. Dort gab es das Items, konnte man für Tupkulen, aber da kommen wir später noch drauf zu, Items von 2010 bekommen. Und außerdem konnte man im Farmausstatter, das sieht man hier kreisumrandet, verschiedene Raketen kaufen. Die zeige ich euch jetzt. Ja, hier sieht man dann den Farmausstatter innen drin. Einmal den Knallfrosch, dann noch andere Raketen, aber die zeige ich euch jetzt genau. Ja, hier sehen wir einmal den Knallfrosch, konnte man für 99 Tupkulen im Farmausstatter holen, brachte 50 EP und alle 5 Stunden konnte man diesen machen. Außerdem gab es das kleine Feuerwerk, Geschenk an Nachbarn. 20 EP, musste man einmal auf den Knopf drücken, kam so ein kleines Feuerwerk. Habe ich jetzt leider kein Bild, wie das Feuerwerk aussieht. Dann machen wir weiter. Ja, außerdem gab es noch das große Feuerwerk, das konnte man für 500 Moospenny im Farmausstatter kaufen. Ja, das ist dann schon ein bisschen größer gewesen. 20 EP hat das gebracht, 5 Mal konnte man es benutzen auf Knopfdruck. Und dann noch, zu guter Letzt, das extreme Feuerwerk, das konnte man für 50 Tupkulen kaufen, hat dann schon mehr Pulver gehabt. Das hat dann 100 EP gebracht und das konnte man dann 15 Mal benutzen. Und jetzt kommen wir zur Best-of-Box. Ja, das ist die Best-of-Box. Da konnte man zum Beispiel die Hotdog-Bude, die Brezel aus allen Events von 2010 bekommen. Herbst-Event und 2. Oktoberfest für Tupkulen kaufen. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal, wie es innen drin aussieht. Feiere mit Bildern, Raketen und lass dich überraschen aus den Best-of-Box 2010. Springen beliebte Items des Jahres 2010 für dich aus. Einmal die kleine Box, aber das war ein bisschen Fail. Daran hat man meistens nur Geschenke bekommen, wie zum Beispiel gerade eben das Oktoberfest-Brezel, die Zuckerstange oder solche Sachen. Und in der großen Kiste für 100 Tupkulen hatte man dann schon ein bisschen mehr drin. Es gab vier Gliederungen, einmal Geschenk-Items, wie zum Beispiel Riesen-Brezel vom Oktoberfest, das habe ich ja gerade schon gesagt. Dann einfache Items, wie zum Beispiel im vorigen Bild der Herzbaum vom Valentinstag, besondere Items, Lara-Wort, wie man hier sieht, und der Schoko-Aus. Und seltener Items, wie Laternen, Umzug der Tiere, Erntefest und der Maibaum. Ja, das war Glückssache. Ja, ich hätte gerne mal eine aufgemacht, aber jetzt kommen wir zur Eventfrage. Wie findet ihr die Items, die man dort bekommen kann, ja sozusagen halt im Farmhausstatter kaufen kann? Und habt ihr euch damals auch wirklich gekauft? Wir haben damals, glaube ich, noch nicht gespielt, doch, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall fand ich das eine coole Idee, mal was anderes, so Raketen zu kaufen. Ja, und jetzt geht uns eigentlich nur noch zu sagen, ja, dieses Video kommt am 31.12.2015 vor. Das ist unser letztes Video im Jahr 2015. Und wir wünschen, ich und mein Bruder wünschen euch ganz, ganz viel Glück im neuen Jahr 2016. Wir freuen uns zusammen mit euch das Jahr 2016 mit Videos, Vergnügen und hoffen auf ein gutes 2016, auch auf unserer Farm. Ja, und was wünschen wir uns für 2016? Ja, ich wünsche mir natürlich ein paar coole Events, coole Erweiterungen, wie zum Beispiel den Korallenriff. Ja, schreibt es auch in die Kommentare, was ihr für euch für 2016 wünscht. Das würde uns auch sehr gerne interessieren, aber wir wollten uns nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Für die Unterstützung in den letzten Wochen. Ihr verfolgt unseren Kanal sehr, wir hätten niemals gedacht, 25 Abonnenten, über 2400 Aufrufe inzwischen. Das ist einfach Wahnsinn und da wollten wir uns einfach mal bedanken bei euch. Und deswegen wünschen wir euch ein ganz, ganz viel Glück im neuen Jahr und hoffen auf ein gutes 2016. Dann macht's gut und bis zum nächsten Video.